Ja, Ballasen-Power! Du bist doch hochgekommen. Aua! Ey, da will ich nichts sagen, ganz ehrlich. Kreis drauf, ja! Okay, bring das Einzel... Bring das Vertikale hier runter. Und dann geht Sojadro durch. Und dann? Ja! Portal-Feeling! Nö, Nah... Und dann? Ich glaube, das war schon richtig so... Das waagerecht einfach mal rechts da oben hoch. Da rechts ist doch so ein Vorsprung, oder? Ja. Kann man es da nicht drüber packen? Ne, mach mal links, weil da ist noch Erfahrung. Ja, aber das funktioniert nicht, das ist so weit links, wie es geht. ja 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 okay wie auch immer wie das gemacht haben das andere nach oben nach oben und dann nehme ich so ja mit okay ich kann nur leider auf der falschen seite raus okay jetzt bin ich schon mal da oben hier ist ein checkpoint ich habe jetzt aktiviert erholt das wieder oder es wieder irgendwie nach oben links hatte mal kurz aber ich habe eine idee die bloß eine idee nicht einmal ziehen wenn ich sagen also sie müssen lernen hier oben so warte und das hier wieder und er steck alleine was ist es nicht was Hexenhaus e ja noch eins mehr bekommen könnt ihr darauf stehen bleiben auf dem einen ok perfekt ich glaube die habe ich beide bekommen ne ne bleib noch auf dem komm schon ne habe ich nicht bekommen egal ich gehe mal kurz ein stück weiter und gucke ob ich da irgendwie ahaha holen kann ja ja es geht hier an die offen ja warte noch hier oben ist noch erfahrung ok wieso bin ich jetzt wieder unten häng dich mal an das teil daran genau 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 jetzt müssen noch die andere seite ok was hier habe ich ja perfekt ja perfekt den habe ich auch ich glaube wir haben alle ja außer das von drüben da so aber hier haben wir alles passt schon wir mussten jetzt hier nicht 100 prozent machen oi ich glaube hier ist wieder so ein endscreen gleich wo ist barm was bäm guck mal es war uohohohohoho ach du meine fresse es ist fuchuhr wer auch immer in dem haus lebte es hing eine fäzdere bedrohliche stimme das ist keine hexe wie klammernebel im sumpfland die heldenhaften drei schafften es durch die fallen und schrecken des Seltsamen Baumhauses und von der schrecklichsten aller kreaturen aufgehalten zu werden einem drachen ich mache das mikro ist ein bisschen anders ich glaube jetzt bin ich ein bisschen leise allerdings ja macht nichts dafür sitzt das möglicher ok machen wir so große scheiße johann unter nix der boskampf würde ich sagen da ist eine plattform nicht aktivieren kann ein guter ich ein würdiger gegner okay ich renne weg wir müssen dieses komische ding auf sein Kopf als Brücke wahrscheinlich wieder nehmen oder so okay ja da drüben ist was wo du drauf schießen können was auch nicht verlegt etwas drauf ich weiß nicht welches von beiden ist geklappt hat keine Ahnung was ist das jetzt ja der drache wird jetzt in die schöne Prinzessin verwandelt was wo ist er hin er war nicht real das war nur eine Illusion Pontius eine Art Wachen er sah erschreckend echt aus ich hoffe wir treffen nicht auf das Original hallo klopf klopf schade oh die Tür ist kaputt ich kann beim anklopfen ich darf schon jetzt kaputt gemacht ja ja WTF was das funktioniert einfach ok nein 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 ja 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 ok äh nächste was machen wir als nächstes ich stelle mich mal hier drauf und schießt auf die andere mal gucken was passiert ich glaube ich bin drüben das muss glaube ich wirklich ach da oben an der tür da muss ich dann drauf schießen wahrscheinlich ja ich habe die tür schon mal geöffnet damit wir weiter können doch nicht okay wir brauchen hier noch eine von waren kisten oder noch brauchen wir nicht geht hier haben wir erst mal noch erfahrung ja komm hier auf das ding das muss einfach nicht es kann nicht nach links kann nur nach rechts eigentlich macht eine plattform hin der dicke ritter stellt sich drauf und ich meine geht doch geht doch es ist einfach sehr schwer genauso wie pontius ich weiß nicht wollte ich da drauf wollte hier drauf stehen bleiben während wir das machen weil es bin ich bin ich bin noch am leben vielleicht geht doch da drunter weg was machst du ich dachte es funktioniert was mache ich ja egal passt schon auch gut bis das ding ist im weg weil ich musste ja oben lang oder nicht noch hier dies wird auch ja Prozent Aua ich bin tot Scheiße Aua Ja ich gehe vielleicht zurück Nö musst du nicht Willst du dich einfach drauf gehen lassen? Es fällt einfach auf Okay Wieso muss eine blöde Plattform da dran kleben? Deswegen kann ich mich da auch nicht festhalten Fein Okay kann ich mich trotzdem nicht festhalten gut zu wissen Ja Es gibt nur wenn du es festhältst Wieso bewegt sich das Ding? Aua 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 ich gehe mal tot ok warum weil ich nicht durch waren die tür war werde geschlossen ja das funktioniert nicht ganz sicher und das wort machen kann man das eine weiche die hier sieht auskünftig bewegen das hier ja guck mal jetzt kommt hier auch wieder monster monster ist die weiche schnell wieder dran machen irgendwer schießt hier auf uns ich habe sie echt getroffen ich habe nicht mal gesehen nein hast du nicht ich mache ich mache nein soja komm hier soja du musstest mir nur mal kurz noch mal durch ja ja ich habe hier eine wurden kiste komme einfach durch ich komme nicht mehr denn erwarten so gut nein sie mich mit raus ziehe ich mit auf ja herumschieten ist einfach schön ich glaube so ja ich heb es kann ich weiter sehen so das gibt es doch nicht schon wieder komplett drunter wieso denn ja zieh weiter zieh weiter nee lass los dass die käste los ich will auch was sagen ich probiere sie wieder auf die arme warte sonst machen wir hier ein paar kisten drauf ja was auch das will nicht kann ich mich einfach kannst du die kiste oben nicht einfach bis nach links ziehen ja nur ein bisschen der bau einfach ein bisschen rechts rechts noch ein stück genau reicht 3 3 3 3 gut gemacht auch prüfen hier sollte er nicht alle einsamen ja nein fachgabend schott ist die letzte anein dass die wand über mir gewesen er war ein stück der künftige menschenskinder ich glaube ich er war einfach um den aktuellen reichen nicht einfach wieder weg weil weil es dann monster kommen oh mein gott die schule ja wenn du da die ganze zeit dafür müssen wir zeigen dann ist okay ich habe eine idee du hängst einfach dran und okay hängt hier dran kommen hoch so habe ich nicht schon eine oder fehlt noch eine du musst mich jetzt nicht wieder zurückbringen wohin muss ich nach rechts ich will hier noch mal rüberklettern ich mach einfach mal den hebel um ja ich müsste zum glück nicht alle rüber es werden auch schöner oh ne nicht schon wieder